Erledigt ihn, und macht keinen Lärm! Roger, bin dran! Schöne Ding! Schöne Ding! Schöne Ding! Ja, nur noch 30 Schuss, auch gut! Klart. Der ist tot. Was machen wir jetzt? Abspeichern. Keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Und speichern. Keine Muni mehr. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Moment kommt es mir so vor, als ob ich gar nicht mal so schlecht bin als Ego-Shooter-Anfänger Macht wahrscheinlich der neue Anzug Ein Stalker nähert sich eurer Position Sieht so aus, als hätte er all unsere Scharfschützen niedergeschossen Passt auf! Er kommt aus der Bar! Ich hab's nicht gesehen! Hat er unsere Scharfschützen ganz alleine ausgescheuert? Ein paar Jungs zur Verstärkung wäre nicht schlecht! Roger! Bin dran! Ey, 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 ey! Jetzt hast du es geschafft, Wolfhound! Ein Militärhubschrauber ist unterwegs, der dich in Stücke sprengt! Okay! 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 Dann geht euer Rufschrauberin. Ihr seid die Nächsten. Okay. Gucken wir mal auf der Karte. Ach, da haben wir noch einen ganz schön weiten Weg. Willst du dem hier wer? Ja. Boah, coole Suppe hier. Ich mag ja Strahlung in Videospielen. Was ist das? Das kann ich im Moment nicht gebrauchen, da ich so viel mit mir herumschleppe, dass meine Ausdauer noch schneller zu Ende geht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020